Dynamo TV wird präsentiert von Verticales und Hamburger Personenauffangnetze. Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Sachsenpokal-Heimspiel der SG Dynamo Dresden gegen den Bischofswerder FV. Die Partie endete mit 2 zu 0. Ich begrüße wie immer ganz herzlich die beiden Cheftrainer hier vorne neben mir, Eric Schmidt, von Bischofswerder FV und unserem Cheftrainer Alexander Schmidt. Das erste Wort gehört dem Gast, Eric. Wie fällt dein Fazit nach der 0-2-Niederlage hier bei Dynamo Dresden im Sachsenpokal aus? Ja, erstmal Glückwunsch an Dynamo Dresden zum Weiterkommen. Ja, wir haben uns natürlich so ein bisschen enttäuscht. Wir hatten uns schon so ein bisschen so ein kleines Wunder vielleicht vorgestellt. Aber im Endeffekt ist das natürlich ein verdienter Sieg für Dynamo Dresden. Wir haben es in der ersten Halbzeit schon ein paar Chancen gesehen für Dynamo, die Mika Schneider toll gehalten hat. Und dann, 2. Halbzeit ist eine Frage Zeit gewesen. Trotzdem haben die Jungs gegen den Ball alles gegeben, versucht zu verteidigen, haben gekämpft. Aber wir haben in beiden Halbzeiten nie allzu viele Chancen rausgespielt, Freistöße, Eckbälle gehabt. Und dann ist es einfach eine Frage der Zeit, wenn du es nicht entlasten kannst, wenn du das Tor bekommst. Und das ist passiert. Leider konnten wir es nicht mehr entlasten. Wir hatten kaum Möglichkeiten, dann Konter zu fahren, waren die Pässe zu ungenau in der zweiten Halbzeit. Und irgendwann ist die Folge richtig, erst nach dem Eckball ein Tor gefallen und dann der Konter 2-0. Also es ist verdient, es ist schade für uns, weil wir haben es gegen den Ball gut gemacht, erst die 2. Halbzeit. Aber eben mit dem Ball oder nach vorne haben wir keine Durchschlagskraft entwickelt. Und deshalb verdient der Sieg. Glückwunsch an den Namen Dresden natürlich. Alles Gute für den Sonntag, für den Aufstieg, was das eigentlich Wichtigere ist. Und ich wünsche euch, dass ihr dann in der nächsten 2. Liga seid. Dankeschön. Erik, danke dir für dein Statement. Man hört, du hast genauso viel oder genauso engagiert an der Seitenlinie gearbeitet wie deine Spieler auf dem Platz. Alex, wie fällt dein Fazit aus nach dem Spiel? Ja, erstmal Kompliment an Bischofswerder. Sie haben uns das Leben wirklich schwer gemacht und mit viel Leidenschaft und Herzblut verteidigt. Sie haben sich wirklich in jeden Ball reingeworfen, in jeden Zweikampf mit 100% bestritten. Und ja, wir haben natürlich erste Halbzeit dann von der Chancenverwertung etwas viel verballert, würde ich sagen. Aber ich muss auch ein Kompliment an meine Spieler weitergeben, weil wir auch einige junge Spieler drin gehabt haben. Teilweise auch 17 Spieler und 19 Spieler. Und die haben sich sehr gut geschlagen. Insgesamt sind wir ruhig geblieben, haben weiter versucht, Fußball zu spielen. den Ball laufen zu lassen und am Schluss hat man halt dann gesehen, dass dann so ein Pascal Sohm nach Quarantäne und längerer Abstinenz einfach die Klasse hat und dann das Tor macht. Oder auch ein Renzi Königsdörfer nach Vorarbeit von Pascal. Auch das 2-0, das waren schon, ich muss sagen, zwei sehr gute, schöne Tore. Und ja, der Gegner hat uns alles abverlangt. Für uns war es ein willkommenes Spiel, weil wir doch einige Spieler hatten, die etwas Spiel brauchen. Und ja, Pokalkampf. Und am Ende, glaube ich, dann unterm Strich dann auch verdient für uns. Aber wie gesagt, ein Kompliment an Bischofs Werder. Sie haben sich wirklich hervorragend geschlagen. Alex, danke auch dir für dein Statement zum Spiel. Jetzt kommen wir zu den Fragen der Kolleginnen und Kollegen, die oben auf der Pressetribüne ausharren. Wir fangen an mit Sven Geisler von der Sächsischen Zeitung. Die Frage geht an dich, Alex. Wie läuft jetzt die Vorbereitung auf das Spiel gegen Türkücü München? Und wie bewerten Sie die Verlegung von Samstag auf Sonntag des Spiels? Ja, Vorbereitung läuft. Und wir haben jetzt zwei intensive Trainingstage schon hinter uns. Wir werden natürlich gut dosieren im Hinblick auf den Sonntag. Die Verlegung ist für uns jetzt kein Problem. Und wir müssen natürlich den Trainingsplan etwas anpassen, dass wir halt am Sonntag topfrisch sind für das Spiel. Ja, und alles Weitere habe ich ja schon gesagt. Ja, voller Fokus auf das Ding. Aber natürlich nicht verkrampfen. Ja, eine gewisse Lockerheit brauchen wir. Die Mannschaft ist gut drauf. Ja, sie sind sehr willig und spielfreudig. Und entsprechend mit dieser positiven Energie gehen wir am Sonntag ins Spiel. Nächste Frage kommt von Oskar Jandora, FUPA.net. Geht wiederum an dich, Alex. War die Auswechslung von Leo Löwe nur eine Vorsichtsmaßnahme? Oder wonach sieht es bei ihm aus? Nö, er hat ein Eisbein bekommen, konnte nicht weiterspielen in der Situation und musste verletzungsbedingt raus. Ist aber nichts Gröberes. Eisbein heißt Pferdekuss? Eisbein, Pferdekuss, genau. Gut. Sven Geisler, Sechste Zeitung, mit einer weiteren Frage. Was bedeutet Ihnen dieser Sieg und wie schätzen Sie die Leistung der neu zusammengestellten und jungen Mannschaft ein? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin da schon sehr angetan von unseren jungen Spielern. Man hat halt dann zweite Halbzeit gemerkt, natürlich, dass sie keinen so guten Rhythmus haben. Ebenso halt der Gegner auch. Ich weiß, dass da auch kein so guter Rhythmus da ist. Die Kräfte ließen ein bisschen nach. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Öhmichen rausnehme, das ist ein U-17-Spieler, der aus meiner Sicht super gespielt hat. Auch die anderen Jugendspieler. Ja, war ich schon sehr zufrieden. Und dass die Jungs willig sind und alles geben, das war uns klar. Aber man sieht, wir sind talentiert und auf das kann man aufbauen. Thomas Nahmendorf von der Dresdner Morgenpost möchte es noch ein bisschen genauer wissen. Zwischenzeitlich standen sechs A-Union-Spieler auf dem Feld. Ist Ihnen einer besonders ins Auge gestochen, der sich für mehr empfehlen konnte heute gegen Bischofswerda? Ja, wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt einen herausheben. Wir haben die Sache alle ganz gut gemacht. Ich habe es ja schon gesagt. Auffällig halt. Öhmichen, Jonas. Einfach vom Spielverständnis her war schon auffällig. Vor allem erste Halbzeit. Und insgesamt haben es einfach alle ganz gut gemacht. Also es war jetzt kein irgendwie Unterschied zu erkennen, dass man sagt, man sieht ganz deutlich, das sind die Jugendspieler und das sind halt die etablierten Spieler. Sie haben gut mitgespielt und auch taktisch und so war wirklich sehr gut. Alex, danke. Eric, wir kommen nochmal zu dir. Die Frage kommt ebenfalls von Thomas Nahmendorf, Dresdner Morgenpost. Wie groß war das Erlebnis für Ihre Jungs, hier in diesem Stadion spielen zu dürfen? Und wie zufrieden sind Sie mit der Mannschaft auch in Anbetracht dessen, dass das letzte Pflichtspiel schon lange her ist? Ja, es war natürlich schon eine große Ehre, hier unten mal im alte erwürdigen oder Farbestadion spielen zu dürfen. Also tolles Erlebnis für alle Spieler, logischerweise. Das haben Sie ja auch hier in der Kabine und wie das alles so aufgebaut ist, ist ja super. Sind Sie ja auch nicht so gewohnt, muss man fairerweise sagen. Und ja, wir haben seit sechs Monaten kein Punktspiel gehabt oder kein Pflichtspiel gehabt, haben nur Testspiele gemacht. Das ist ein Unterschied trotzdem gewesen, aber wir sind zufrieden mit der Leistung gegen den Ball und leider nicht zufrieden mit der Leistung mit dem Ball, muss man leider sagen. Aber wir werden es verkraften können und die Mannschaft wird jetzt ein bisschen auseinander gehen. Oberliga ist ja nächstes Jahr angesagt, vielleicht bleiben ein paar und einige werden auch gehen. Und das war das letzte Erlebnis für die Truppe und ich denke, es war ein schönes Erlebnis. Danke, Eric. Zurück zu dir, Alex. Jetzt Tim Schlegel, Bild, Dresden, Glückwunsch zum Halbfinaleinzug. Das Spiel gegen Lok Leipzig wird erst nach dem letzten Drittligaspiel standfinden. Die Profis werden da wohl schon im wohlverdienten Urlaub sein, oder? Also meine Info ist, dass das Spiel nächste Woche ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. Bin ich überfragt. Ich habe gehört, nächste Woche ist das Spiel. Okay, das werden wir überprüfen und dann gegebener Zeit kommunizieren in Absprache mit dem Sächsischen Fußballverband. Nächste Frage, ebenfalls von Tim Schlegel, Bild, Dresden. Pascal Sohm hat 90 Minuten durchgespielt, ist nach seiner Corona-Infektion scheinbar wieder voll belastbar. Ist er damit auch eine Option für Sonntag gegen Türkgücü? Ja, Pascal, ich habe mit ihm ausgemacht, wenn irgendwas ist, soll er mir auch Zeichen geben. Eigentlich wollten wir ihn 60 Minuten spielen lassen, aber aufgrund der Verletzungen waren wir gezwungen, dass wir so steuern. Ja, eigentlich sollte Kade auch noch spielen, aber den konnten wir dann aufgrund der, ich sage mal, nur drei Wechsel, konnten wir nicht bringen. Ich habe dann mit ihm ausgemacht, dass er halt einfach mit Auge spielt, jetzt nicht jedem Ball nachhechelt. Und er hat es dann super gemacht und ich gehe schon davon aus, dass er eine Option ist. Wir regenerieren, bis Sonntag haben wir noch ein bisschen Zeit. Und je nachdem, wie es ihm geht, müssen wir dann sehen. Aber er hat jetzt einen guten Eindruck gemacht. Alex, danke schön. Erik, vielen Dank auch dir. Viel Erfolg für die Zukunft, für den weiteren Weg. Bis bald und viele Grüße auf die Presse-Tribüne. Danke für eure Fragen. Tschüss, bis Sonntag. Okay.